Hallo, herzlich Willkommen bei Andreas Drienbacher, Heartland Fitness Store in Karlsruhe. Heute mit einem Spezialangebot. Und zwar, wenn Sie kommenden Samstag, Samstag den 30.05.2015, hier bei uns im Store, Nahausergänzungen im Wert von 75 Euro kaufen, erhalten Sie eine medizinische Körperanalyse auf der InBody Waage. Die Analyse findet auf einer InBody 5.20 Waage statt. Und so sieht die Körperanalyse die Auswertung aus. Eine komplette Auswertung mit Auswertung der Gesamtkörperwasser, Proteine, Mineralien, Körperfettmasse, Gewicht, Skelettmuskelmasse und Körperfettmasse in Prozent und in Kilogramm. Und natürlich eine Segmentanalyse, die Verteilung der Muskelmasse, Wassermasse, Fettmasse auf die einzelnen Segmente, rechtes Bein, linkes Bein, rechter Arm, linker Arm. Das war die Körperfettwaage, die InBody Körperfettwaage inklusive der Auswertung, wie sowas ausschaut. Und wenn Sie jetzt am kommenden Samstag kommen, für 75 Euro Nahrungsergänzungen einkaufen, erhalten Sie genau diese Messung, diese InBody 25 Messung, im Wert von 49,90 Euro inklusive einer Kurzberatung von 15 Minuten circa, gratis. Ich freue mich auf Ihr Kommen. Bis dahin alles Gute, Andreas Riemacher aus Karls und Ihrem Health & Fitness Store.